Hey da, was geht ab Leute, heute rede ich über Nester. Habt ihr in dem Video vorhin, ich hab heute schon eins hochgeladen, und zwar war ich in einem Chillast Nest, hab dann genug Bauungs gesammelt und ein Chillterra mir entwickelt. War sogar glücks, 96%, checkt das Video mal ab. Aber, naja, ich hatte ja eigentlich angekündigt, mit Gen 4, dass die Nester verändert werden. Und jetzt dachte man eigentlich, Nester sind tot, zumindest so, wie sie halt bisher existiert haben. Aber, wie gesagt, ich war in dem Nest, und an sich, das Nest Pokémon war stark vertreten, war immer noch so wie davor. Nur, eine Kleinigkeit, die sich geändert hat, die sich schon eine Weile geändert hat, das haben wir eigentlich an dem Abend, an dem Halbabend im Livestream entdeckt, bemerkt, wo wir dachten, Gen 4 kommt, oder zumindest vermutet hatten, das mit der WP-Änderung, wo das dann wieder zurückgenommen wurde. Und ja, dann waren alle ein bisschen enttäuscht, aber eine Kleinigkeit, die ich an dem Abend bemerkt hatte, die Spons hatten sich geändert. Auf einmal war auf dem Radar, was war der, Arbok, Raichu, Nocchan, also schon krasseige Sachen. Und auch jetzt hier in dem Video, nochmal Spoiler, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich bin einfach so im Park rumgelaufen, und da war einfach so ein Kindwurm, und auch die ganzen anderen Stadt, also das war ein Gelassenest, aber Panflam und der Penguin, in der Namen kenne ich noch nicht. Die waren auch stark vertreten, also die Spons-Vielfalt ist auf jeden Fall gestiegen. Ich habe auch viele gesehen, die mich markiert haben, so wildes Dragon mal wieder gefangen, wildes Despotar. Und jetzt momentan ist ja nicht mal ein Event. Ihr wisst ja, alle haben Spülentrend geschaut, dass kein Event, Event ist ja momentan. Dementsprechend ist das sogar richtig selten. Und jetzt merkt man es halt richtig, wie verschieden die Spons sind. Auch so Sachen wie Hytera und keine Ahnung mehr so. Also ihr könnt ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr so selten ist in den letzten paar Tagen gefangen habt, seitdem die das scannet haben. Wie gesagt, mein Highlight war auf jeden Fall Kindwurm. Ich sage es jetzt, ist es gut oder ist es schlecht? Mir persönlich ist es eigentlich relativ egal. Ich nehme das nie so ernst, also ich nehme es halt so, wie ein Antik ist mir serviert. Aber früher war es halt echt so. Sagen wir jetzt, momentan Gelassenest, okay, ich war einmal dort, das war das, nicht mal ganz zwei Stunden, habe zwei, drei, drei Bonbons gemacht. Und von den anderen zwei, nebenbei auch ein paar Gefangenen, 70, 80 Bonbons jetzt von denen. Und wenn man das jetzt zu früher vergleicht, ich habe Glurak, das war mein letzter Gen 1 Pokédex-Eintrag, ich habe den erst im Dezember gemacht. Hongwrecks Folge kommt noch drauf. Das war das erste große Glumanda-Nest am Königsplatz. Und ja, bis Dezember habe ich gebraucht, um überhaupt Glurak zu entwickeln, genug Bonbons von Glumanda zu bekommen. Und jetzt bei Gen 4 ist es halt so, ja, einen Tag braucht man eigentlich, wenn man richtig krass suchtet. Und man hätte sich einfach alle drei Starter entwickeln können. Also das ist schon ein krasser Unterschied. Alter, wann ist das Spiel rausgekommen? Juli? Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Sechs Monate, und ihr wisst, damals habe ich schon relativ viel gespielt. Immer erst abgecheckt ist das. Sechs Monate habe ich gebraucht, um mir ein Glurak zu machen. Und jetzt im Vergleich, Gen 4, ein Tag. Na klar, es ist cool, wenn man jetzt rumläuft und dann gibt es geile Spawns, bisschen Action hier, dies, das. Klar, darüber beschwert man sich nicht, aber es ist halt schon ein klasse Unterschied. Und ich persönlich weiß gar nicht, was mir besser gefällt. Früher war es halt anstrengender, bisschen langweiliger, man muss halt hart ranten dafür. Und jetzt kriegt man es schon sozusagen reingeschoben. Aber reingeschoben heißt ja nicht unbedingt schlechter, meiner Meinung nach. Ich meine, wem wird nicht gerne etwas auf dem Silbertablett serviert? Schmeckt trotzdem genauso gut. Und sogar manchmal, für manche sogar besser. Aber ihr könnt ja eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Wie findet ihr es besser? So wie jetzt momentan mit den ganzen Überklassen-Spawns? Und auch jetzt die neuen Spawns, die sogar noch klasse geworden sind. Wo jetzt, wie gesagt, diese ganzen krassen Sachen spawnen. Oder die guten alten Zeiten, wo man echt rausgehen musste und richtig hart grinden und farmen musste. Um sich möglicherweise mal eins irgendwann mal zu gönnen und zu entwickeln. Bin mal gespannt, wie ihr das so seht. Auf jeden Fall, das war es von mir wieder. Kurze kleine Diskussion zu den Spawns. Sind klasse geworden. Aber ob das besser oder schlechter ist, das muss jeder für sich selber entscheiden. Gerne unten in den Kommentaren. Immer liken, subscribe, kommentieren. Checkt die Analyse ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht. Pokemon is serious business.